Ich stehe hier auf dem Hof von Horst. Und hinter mir sieht man Horst sein Wohnmobil mit einem Anhänger und einem Pkw drauf. Und das ist eine Neuanschaffung bei Horst. Das ist keine neuen Sachen, sondern ein gebrauchter Anhänger und gebrauchter Pkw. Und den möchte er jetzt mit seinem Wohnmobil ziehen. Und ja, das ist ja nicht immer so ohne weiteres möglich. Hängt er mit dem Gewicht zusammen und so weiter. Was Horst dafür alles tun musste, damit er den Anhänger mit Pkw ziehen darf, darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. So, jetzt werde ich den Horst mit ans Mikrofon holen. Und dann werden wir über die ganze Sache sprechen. Und Horst wird uns erklären, was er alles getan hat, um diesen Anhänger ziehen zu dürfen. Ja, Horst, erst mal hallo. Hallo. Ja, wollen wir mal wieder gemeinsam ein Video hier machen. Und zwar geht es ja heute um das Thema Anhänger, Pkw drauf, Gewicht und so weiter. Und da hast du in den letzten Tagen, Wochen, Monaten Erfahrungen gesammelt. Erzähl dir mal so ein bisschen über dein Wohnmobil. Wir müssen mal wissen, Größe, Gewicht, PS. Ja, ich hatte ja bis jetzt noch keinen Anhänger mit und auch noch keine Anhängerkupplung. Die haben wir jetzt drunter bauen lassen. Und dann wollten wir, weil wir jetzt auch länger mal an einer Stelle stehen möchten, haben wir uns überlegt, doch ein kleines Auto mitzunehmen. Ja, gesagt, getan, auch gebraucht, gekauft, wie man sieht, den Peugeot, den Anhänger und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, dass ich das Ganze gar nicht ziehen darf. Das sah zwar so ähnlich, kam es mit dem Gewicht hin, aber das Ganze war doch etwas zu schwer. Und da musste ich eine Odyssee machen, um das Ganze zu erhöhen, damit ich das Ding jetzt ziehen darf. Ja, ich habe also mal irgendwo gehört, also diese Fiat mit deinem Wohnmobil ist ein Knaus auf einem Fiat oder mit einem Fronttrieb von Fiat und Alko-Tiefrahmen. Chassis, ja, ganz genau. Und da habe ich mal gehört, die dürfen so insgesamt sechs Tonnen haben. Nein, die dürfen insgesamt, die Gesamtmasse, das nennt sich das, das ist der Anhänger mit Ladung und das Fahrzeug selber, dürfen die fünfeinhalb Tonnen haben. Alle. Alle? Ja. Habe ich aber Fahrzeuge? Die neuen nicht, die haben dann schon sechs Tonnen, aber das Ding ist ja schon zehn Jahre und elf Jahre jetzt alt. Ja. Und da ist immer noch fünfeinhalb Tonnen Gesamtmasse. Nun stand da zwar drin, dass ich eineinhalb Tonnen ziehen darf oder 1250 ziehen darf, das wäre vielleicht gerade so hingekommen, aber die Gesamtmasse wäre dann überschritten um 250 Kilo. Ja. Also habe ich mich dann an Alko gewandt und die haben mir ein Gutachten geschickt. Ja. Und daraufhin bin ich dann zum TÜV gegangen und die haben dann alles nochmal nachgemessen geguckt und haben mir dann bestätigt und das Ganze, die ganze Gesamtmasse auf sechs Tonnen erhöht. Ja. Und die Anhängelast auf 1500 und da komme ich locker mit hin jetzt. Ja, das heißt also, du hast ein Wohnmobil mit viereinhalb Tonnen. Richtig. Ursprünglich hat er glaube ich vier Tonnen gehabt. Genau, 4.250 gehabt. Hat er gehabt. Ja. Okay, und jetzt hast du ihn, oder du hattest ihn vorher schon aufgelastet auf 4.500 Kilogramm. Genau, weil ich jetzt von Goldschmidt die Luftwiderung habe einbauen lassen und verstärkte Federn, kam ich dann auf viereinhalb Tonnen. Und dann hätte ich quasi nur noch, wenn die Gesamtmasse 5,5 wäre, dann hätte ich nur noch eine Tonne mitnehmen dürfen. Also und das ging nun gar nicht mehr. Also Gott sei Dank habe ich es durchgekriegt und jetzt darf ich es. Das heißt, du hast dir einmal ein Gutachten von Alko geholt und auch von Knaus auch noch? Ja, von Knaus, vom Hersteller kann man eigentlich vergessen, die haben da eigentlich keine Peilung und das war alles nichts. Und auch von Fiat hat auch keinen Sinn gehabt. Die sagen, wir stellen nur den Triebkopf sozusagen her, hat keinen Sinn. Außer Alko, die wussten genau, das ist das Chassis, die neuen sind alle so und so. Und auch genau dieses Chassis darf auch sechs Tonnen nach deren Gutachten, mit Nummer und so weiter und so fort. Und das muss man sich dann beim TÜV einmal abnehmen lassen. Da läuft einer fünfmal um den Wagen, kostet auch gleich 150 Euro, aber man hat es dann. So, jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zu deinem Anhänger und dem, ich gehe mal hier so weiter rüber, zu deinem Anhänger und deinem Pkw, das hast du Gebrauch gekauft? Ja, das habe ich Gebrauch gekauft, war auch nicht so teuer. Das ist komplett Aluminium, bis auf das Chassis, was ja nun nicht mit Aluminium geht und die Deichsel nicht. Das ist auch Alko, Federung, Drehstabfederung, Doppelachse, aber die Schotten und so weiter, das ist alles Aluminium. Auch der Fußboden ist Aluminium und der ganze Anhänger wiegt nur 380 Kilo, was eigentlich gering ist. Also mit den ganzen Auffahrrampen und so weiter. Und was für ein Gesamtgewicht oder was darfst du da transportieren drauf? 1.500 Kilo, bei diesem Anhänger, den gibt es auch in verschiedenen Varianten. Ja, ja, okay, dieser hat jetzt Doppelachse und, ja, okay. Das heißt also, da ist der kleine Peugeot, der hat da überhaupt kein Problem. Der wiegt 880 Kilo und dann die 380 dazu, also da habe ich noch ein bisschen Luft nach oben. Also das geht locker, also da sehe ich kein Problem. Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Fahrpraxis mit Anhänger. Die habe ich noch nicht, die habe ich nur, ich habe den ja so geholt, mit dem Pkw allerdings, wo ich den Gebrauch gekauft habe. Und ich kann das ja mal sagen, so komplett mit Anhänger und Auto und allem drum und dran hat mich das Ganze gebraucht 5000 Euro gekostet. Und das ist noch im Rahmen, meine ich, wenn ich da mal keine Lust mehr dazu habe. Also, ja, für den Preis kannst du es immer wieder verkaufen. Vielleicht auch immer wieder los. Ja, 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 okay. Das ist ein Auto auch, das 10 Jahre alt ist, glaube ich. Ja, um den Dreh, ja. Ja, genau, das ist ein Peugeot 107 und, ja, der reicht ja, der ist sogar viertürig, dieser, der reicht ja voll und ganz. Die Mahanlage drin, wenn nicht in Spanien mal durch die Gegend heize da und dann ist es schön, wenn man das auch noch hat. Ja, ja, das ist ja gut und, ja, jetzt ist es so, du sagst, alle neueren Fahrzeuge haben 6 Tonnen. Oder kamen nachher... Ja, mit dem Alco-Tiefchassis. Ja. Die, so wie mir bekannt ist, haben die das schon jetzt. Ja, ja. Bloß ab, ich glaube, das war 2010, 2011, da war das, die da vorgebaut wurden, die hatten das noch nicht. Ja, das heißt, wir können jetzt das nicht verallgemeinern mit deinem ganzen Gespann hier, sondern da individuell muss jeder gucken. Und ich habe sogar Fiat gesehen, vorne im Motorraum, im Typenschild, dort stand 6,2 Tonnen gesamt, neuere. Das ist mir jetzt so nicht bekannt. Wir können aber gleich auch gerne, ich habe das oben auch schriftlich, dieses Gutachten, können wir gerne nochmal ein Foto einblenden. Und wenn einer das gerne mal machen sollte, sich auf jeden Fall an Alco wenden. Das sind die einzigen Kompetenten, die da, die auch weiterhelfen können. Okay. Ja, Horst, dann sage ich erst mal wieder Dankeschön für deine Informationen hier. Und wünsche dir allzeit gute Fahrt hier mit dem Ganzen. Und hoffe, dass wir da heil, dann unsere nächste Spanienfahrt hin und her kommen. Es sei denn, andere machen Strich durch die Rechnung, aber da wollen wir ja nur nicht drauf hoffen. Alles klar, danke Horst. Und ich sage auch an euch, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Euer Christian. 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 Euer Christian.